Meine Schuhe. Das sind meine Schlappen. Ich bin mal zum Geburtstag willkommen. Ui, cool. Genau. Vielleicht sieht man es so besser. Sehr schön. 77, Daniel. Ja klar. Initialen darauf. Ja, ist schön. Sehr gut. Ja, ist halt zwar noch die alte Nummer, aber passen tun sie noch. Wow. Also das sind keine Schuhe, das sind Hausschläppchen würde ich sagen. Okay. Ja, es schauen ein bisschen angebissen aus auch. Die sind tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Ich glaube drei, vier Jahre. Okay. Never change a winning shoe. Du willst doch nur sehen, ob wir Hose anhaben. Ja, sehr. Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich wissen. Untenrum hast du Hose an, also lang? Ja, Jeans. Sehr gut. Dankeschön. Ja, es geht ja auch um den Respekt, Kühlbox. Ich habe... Oh, rot. Rote Socken an. Rot, ja. Dann werde ich jetzt wieder Feuer von den Jungs kriegen, weil das jetzt tatsächlich die Socken sind, die wir vom DEW gekriegt haben. Da kannst du dir vorstellen, was da jetzt los ist. Aber na, die häuten nach wie vor und die haben super. Ah, nur Socken. Graue Socken. Die klassischen Socken. Bist du kein Hausschuhtyp? Nee, gar nicht, weil wir auch im Haus Fußbodenheizung haben und ich das genieße, dass die Füße immer warm sind. Ja, meine Fußbodenheizung schaut so aus. Ja, der Klassiker, würde ich sagen, mit den weißen Socken. Ja, es geht schon. Also ein bisschen wie in der Schule, ich früher. Hast du das auch angehabt, oder? Ja, immer. Birkenstock mit den weißen Socken. Oh, ich habe Birkenstock an. Es gibt es nicht. Ach, du bist ja... Das alte, ausgelatschte, alte, ausgelatschte Birkenstock, jawohl, ja. Die Goalies. Perfekt, genau. Finde ich aber geil. Ja, mit den weißen Socken dazu, ich fühle mich wirklich sehr wohl. Super bequem und sind auch schön eingelatscht. Sehr gut. Also da sind wir auf einer Wellenlänge. Gehst du auch, bist auch mal raus mit denen? Ja. Ich würde sagen, wenn ich schätzen würde, du bist in Deutschland geboren. Ja.